Rammstein, um genau zu sein Till Lindemann, steht aktuell massiv in der Kritik. Der Vorwurf? Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, K.O.-Tropfen, Ausübung von Machtstrukturen gegenüber leichtgläubigen Fans. Die Liste ist lang. Vorsorglich hat Rossmann ein Parfüm aus dem Programm genommen und der Kiwi-Verlag hat die Zusammenarbeit beendet. Man wusste auch angeblich nichts von einem Porno, der vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Viele, viele Stimmen haben sich zu dem Thema bisher geäußert und ich mache nur ein Video darüber, weil ein bestimmter Punkt bisher viel zu wenig fast gar keine Beachtung gefunden hat, aber der Reihe nach. Ich habe mir die brisantesten Videos zu diesem Thema angeschaut und auch einige Meinungen. Sarah Bosetti, Alexander Prinz oder besser bekannt als der dunkle Parabelritter. Christian Solmecke hat ein Video dazu gemacht und zuletzt auch Rezo. Ich bin von all diesen Leuten, Solmecke mal ausgenommen, kein besonders großer Fan, aber ich bin bereit, auch diesen Leuten weitere Chancen zu geben. Vielleicht überraschen sie mich ja. Man möchte sich auf gar keinen Fall positionieren, aber man verurteilt alle Eventualitäten. Zumindest ist das bei Bosetti und dem dunklen Parabelritter der Fall. Und es wird mehrfach betont, wie wichtig es ist, dass wir allen Opfern glauben. Opfern muss Glauben geschenkt werden. Es das gesellschaftlich weitaus größere Problem ist, dass betroffenen Frauen nicht geglaubt wird, als dass es Falschbeschuldigungen gibt. Ich bitte euch, der mediale Mainstream und jede irrelevante Stimme auf YouTube glaubt in erster Linie dem Opfer und der mutmaßliche Täter wird vorverurteilt. Ich stelle das grundsätzlich nicht in Frage. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es für die Opfer unglaublich schwierig ist, überhaupt mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber dass Opfern grundsätzlich nicht geglaubt wird, ist zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Hier tun sich aber selbst die beiden Ritter der Weisheit schwer mit einer echten Meinung dazu. Wisst ihr was? Ich kann sogar beides. Ich kann Victim Blaming, zumindest ist das das, was einem vorgeworfen wird, wenn man von Eigenverantwortung spricht, und die Band verurteilen und jeden, der darin involviert ist. Den Anstoß für dieses ganze Thema hat Shelby Lynn 69666 auf Twitter und Instagram gegeben. Das ist die gute Dame. Sie hat ihr Twitter-Profil eigens für diesen Fall erstellt, um ihre Erfahrungen in Litauen bei dem Konzert von Rammstein zu teilen. Zusammengefasst berichtet sie, dass sie Alena Makewa kontaktiert hat und sie gefragt hat, wie sie zur Afterparty kommen könne. Auf Instagram hat sich Alena selbst als Casting Director bezeichnet. Ihr Name taucht auch in sehr vielen Erfahrungsberichten von Frauen auf, die auf solchen Partys, Afterpartys gewesen sein wollen. Und die Berichte decken sich in vielerlei Hinsicht. Auch der aktuell populärste Bericht von Keiner Scheichs, die im Juni 2022 auf einem Konzert Kontakt mit Alena Makewa hatte, deckt sich mit den anderen Erfahrungsberichten. Beide mussten beispielsweise ihre Handys abgeben, bevor sie in einen separaten Raum während der Afterparty geführt wurden, wo dann mehrere Frauen auf möglichen sexuellen Kontakt der Bandmitglieder bzw. speziell Till Lindemann gewartet haben. Auch gibt es laut mehreren Berichten einen Dresscode, an dem man sich halten solle, wenn man für die Row Zero bzw. die Feuerzone rekrutiert wurde. Makewa selbst soll laut Insiderwissen von Rolling Stone besessen von Lindemann sein. Die Anweisungen für den Dresscode waren gutes Make-up, gepflegte Haare, elegante Cocktailkleider in hellen leuchtenden Farben, Sommerblumen. Bitte nicht ganz in schwarz, wenn es sein muss, dann mischt es mit anderen Farben. Eine Sache noch vorweg, ich finde es wirklich gut, dass Shelby sich zu diesem Thema geäußert hat und es auch immer noch tut. Ich finde es auch wirklich gut, dass Kyler ihre Erfahrungen aus dem letzten Jahr teilt. Wie genau lautet der Vorwurf? Eine Reihe von Mädchen wird im Vorfeld ausgewählt bzw. für diese Row Zero rekrutiert. Man muss dazu sagen, bei dieser Row Zero ist es grundsätzlich eine Möglichkeit für die Fans, nah an der Bühne zu sein, auch Männer tauchen dort immer wieder auf und wurden dafür schon im Vorfeld kontaktiert. Darum kümmert sich oder hat sich die ehemalige Casting-Direktorin Alena Makewa gekümmert. Die Frauen sollten Bilder von sich schicken, sollten dann bestimmte Outfits tragen. Dann ist man ganz vorne an der Bühne mit dabei. Laut einigen Berichten soll es auch schon vor den Konzerten zwischen dem Sänger Till Lindemann und ausgesuchten Frauen zu Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr gekommen sein. Auch während des Konzerts, beispielsweise wenn das Lied Deutschland gespielt wurde, soll es für Till regelmäßig unter die Bühne gehen, wo eine der ausgesuchten Frauen auf ihn dort wartet, um ihn dann zu befriedigen. Dafür gibt es laut übereinstimmenden Berichten einen eigens eingerichten Raum. Etwa zweimal zwei Meter von diesem Raum berichtet auch Shelby. Ich möchte gar nicht zu sehr nochmal darauf eingehen, was Shelby oder Kyler oder all den anderen Frauen im Einzelnen passiert ist. Das wurde schon oft genug getan. Ich möchte urteilen, ich möchte verurteilen, vorverurteilen und viel wichtiger, ich möchte über Eigenverantwortung sprechen. Eigenverantwortung ist der Punkt, den all die Moralisten, die sich jetzt zu Wort melden, hier als Victim-Blaming bezeichnen. Man würde dem Opfer die Schuld geben. Ich streite nicht ab, dass es Personen gibt, die das tatsächlich tun. Ich tue das nicht. Es gibt viele gute Aussagen in allen Videos, die ich mir zu diesem Thema angeguckt habe. Für mich sind im Wesentlichen zwei Dinge sehr deutlich geworden. In der Branche scheint das, was bei den Konzerten von Rammstein zum Beispiel passiert, eine Art offenes Geheimnis zu sein. Wenn man eine junge Frau anstellt, die sich vor, während und nach den Konzerten um die Rekrutierung von sehr jungen Fans, meistens dann eben Frauen, kümmert, dann macht man das ganz bewusst, weil man eine Vertrauenssituation schafft. Junge Frauen vertrauen selbstverständlich eher einer anderen jungen Frau, wenn man ihnen, wie im Fall von Kyler sagt, dass alles ganz harmlos sein wird. Dass es nur eine sehr private After-Party ist, zu der man eben eingeladen wurde. Hinter uns wurde die Tür zugemacht. Da standen nochmal Security-Männer vor dieser Tür hinter uns. Da war ich halt schon verwirrt und habe diese Alena halt nochmal gefragt, wohin gehen wir? Ich habe laut gefragt, ich so, where are we going? Oh, it's just a little party. It's a more private party with Till, you know. It's gonna be so fun. Makewa ist aber hier nur ein kleines Teil des Problems. Alexander Prinz, der dunkle Parabelritter, lässt uns in seinem Video von vor drei Jahren wissen, dass ihm schon damals bewusst war, dass es bestimmte Personen gibt, die sich um die Rekrutierung von Groupies kümmern. Also er hat beispielsweise einen Angestellten, der sich um die Auswahl der Groupies kümmert bei den verschiedenen Showtagen. Der Herr ist wirklich ganz oberste Weltklasse in diesem Rockstar-Lifestyle-Shit. Und wenn man zu dem Thema recherchiert, dann ist das auch seit den 40er Jahren, seit es dieses extreme Aufkommen von Groupies, von weiblichen Fans, die ihren Idolen hinterherjagen, ist das keine Ausnahme gewesen. Besonders perfide ist es eben auch, dass irgendjemand diese junge Frau ausgesucht hat, die sich dann darum kümmert. Zumindest ist das meine Vermutung. Alena Makewa, die Casting-Direktorin von Rammstein, ihr soll ab sofort der Zugang zu Konzerten der Band untersagt worden sein. Ist die jetzt möglicherweise nur ein Bauernopfer? Aktuell soll sie sich noch in München aufhalten, aber in Kürze ihre Heimreise nach Russland antreten. Ich bin gespannt, ob man zu dem Schluss kommt, dass sie alleine für viele der Probleme, für viele der Berichte, die geteilt wurden, verantwortlich sein soll. Denn dann würde man der Sache definitiv nicht gerecht werden. Über Lindemann selbst wird berichtet, er sei sexsüchtig. Menschen aus der Branche sagen, dass Lindemann sexsüchtig sei. Er brauche bei jeder Show sehr junge Frauen, Zitat, die er noch nicht hatte. Inzwischen verlasse er sogar während eines Konzerts die Bühne für schnellen Sex, berichten Zeugen aus dem Umfeld der Band. Makewa liefert ihm diese Mädchen. So schreibt es die Welt nach monatelangen Recherchen zu dem Thema. Auch all das deckt sich mit den Erfahrungsberichten. Mittlerweile arbeitet die Band mit einer PR-Agentur zusammen, die auf Krisenkommunikation spezialisiert ist. In Sachen Pressearbeit ist Rammstellen völlig unerfahren. Die Band hatte bislang nicht mal einen eigenen Sprecher. Auch das zeigt, dass trotz all der Skandale, der aufgetauchten Filme, der Pornos, die gedreht wurden, dass trotz all dieser Umstände die Band nie wirklich öffentlicher Kritik ausgesetzt war. In Absprache mit der nun engagierten PR-Agentur wurde nach Weltinformation am Montag zudem eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, die die Vorwürfe untersuchen sollen. Es melden sich immer weiter betroffene Frauen auf allen möglichen Plattformen und Kanälen, bei Pressevertretern oder eben auch bei YouTubern wie Rezo. Rund um die Konzerte der Band gibt es anscheinend eine sehr gut funktionierende Maschinerie, die dem Sänger der Band immer wieder junge, naive, teils wehrlose junge Frauen, sehr junge Frauen zuführt. Ich denke nicht, dass das Ganze erst mit Makewa seinen Anfang nahm. Von Groupies und Fans, die die körperliche Nähe zu großen Stars suchen, wird schon lange berichtet, das ist kein neues Phänomen. Aber das hier, der Fall um Rammstein, hat eine andere Qualität. Es wirkt nämlich so, als sei man speziell darum bemüht, den jungen Frauen viele Informationen, wenn nicht sogar alle Informationen vorzuhalten, bis es dann letztendlich zu spät ist. Mit falschen Versprechungen werden sie in solche Situationen geführt. Man gibt ihnen Alkohol, möglicherweise, wahrscheinlich auch andere Substanzen. Das hat Christian Solmecke in seinem Video auch sehr gut dargelegt. Auch das bewusste Herbeiführen solcher Situationen ist eine Straftat. Wenn Lindemann dann diese Situation ausgenutzt hat, so wie es sich darstellt, handelt es sich wahrscheinlich um sexuelle Nötigung oder in bestimmten Fällen sogar um Vergewaltigung. Das muss jetzt aktiv geprüft und ermittelt werden. Vor ca. einer Woche war ein Mädchen namens Shelby bei seinem Konzert und wurde dort unter Drogen gesetzt. Das ist leider eine Behauptung von keiner, die sich bisher noch nicht nachprüfen lässt, eben ob diese Mädchen wirklich unter Drogen gesetzt wurden. Wir wissen nicht, ob diesen Frauen K.O.-Tropfen oder andere Drogen verabreicht wurden. Ich halte es aber für äußerst wahrscheinlich. Dennoch haben wir keine Bestätigung. Ich habe eine ausgeprägte Empathie für die Frauen, die hier Opfer der Umstände, Opfer im Endeffekt von Till Lindemann, Opfer dieser Maschinerie der Band geworden sind. Bei der ganzen Kritik kommen aber ein paar Sachen viel zu kurz. Niemand, der im direkten Umfeld der Band unterwegs ist, kann mir verkaufen, dass sie nichts davon gewusst haben wollen. Das Management von Kyla, die sie quasi dazu gedrängt haben, ihre Geschichte vor einem Jahr nicht öffentlich zu machen. Mir wurde von meinem alten Management gesagt, ich soll die Story löschen und ich soll mich erstmal nicht öffentlich zu meiner Erfahrung bei dem Konzert äußern. Und egal, wem ich von dieser Erfahrung erzählt habe in der Industrie, hat mir jeder basically gesagt, nicht drüber reden. Das war die Reaktion von allen. Alle haben es klein geredet und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo Support habe. All die Schauspieler und Prominenten, die dort anwesend waren, die daneben standen, als im Raum nebenan Mädchen auf ihr Schicksal warteten. Die Bandkollegen, eine Alena Makewa, jeder der davon wusste und die Augen verschlossen hat, hat sich für mich hier mitschuldig gemacht. Auch einer Kyla werfe ich bedingt vor, dass sie sich nicht schon letztes Jahr zu dem Thema geäußert hat. Ich bin mir sicher, sie hatte ihre Gründe dafür und möglicherweise hätte es auch im letzten Jahr nicht denselben Effekt gehabt wie dieses Jahr und vielleicht war es jetzt einfach der richtige Moment, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Kommen wir jetzt zu dem vielleicht eher unschönen Teil, zu dem, was ein Rezo oder auch eine Kyla, auch eine Sarah Bosetti als Victim-Blaming bezeichnen. Für mich die Eigenverantwortung der jungen Frauen. Ich erwähne es trotzdem auch jetzt immer wieder, die Schuld tragen neben Till Lindemann, der dieses System um sich herum aufgebaut hat, all die Menschen, die es jeden Tag zugelassen oder sogar aktiv mitgewirkt haben, die diese Frauen in solche Situationen gebracht haben, tragen eine Mitschuld daran, was ihnen im Endeffekt passiert ist. Rezo sagt, dass Frauen sich überall sicher fühlen sollten auf Konzerten, eigentlich egal, wo sie sich aufhalten. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartungen haben muss und überhaupt keine Erwartungen erfüllen muss. Einigen wir uns vielleicht darauf, dass die Frauen an diesem Ort sich genauso sicher in einem Safe Space fühlen sollten, wie überall anders auch. Das ist ein wünschenswerter, ein erstrebenswerter Zustand, in dem sich im Prinzip alle Menschen dann überall sicher fühlen können. Die Realität, in der wir leben, sieht leider anders aus. Und solange die Realität sich nicht mit den Wunschvorstellungen deckt, haben wir hier ein Problem, ein Dilemma. Die Lösungsansätze, die uns präsentiert werden, indem wir allen Opfern glauben sollen, indem wir gleichzeitig niemanden vorverurteilen sollen, das funktioniert übrigens beides gleichzeitig nicht, indem Awareness-Teams auf solchen Veranstaltungen unterwegs sein sollen, die dann aufpassen, dass nichts passiert, dass niemandem etwas ins Glas geschüttet wird. Das halte ich für nicht den einzig richtigen Ansatz und für ein wenig naiv. Ich glaube nämlich nicht, dass das solche Probleme, solche Situationen verhindern kann. Das sind Ideen, um solche Probleme vielleicht in Zukunft besser handhaben zu können. Warum spricht hier aber niemand über die Eigenverantwortung der betroffenen Frauen? Nochmal, es geht nicht um Schuldzuweisung, es geht mir nur darum, dass man eine nüchterne Analyse der Realität vornimmt und sich dann darauf vorbereitet. Wenn ich weiß, was auf solchen Konzerten passiert oder es zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit vermute, wenn ich weiß, dass Till Lindemann ein gestörtes Sexualverständnis hat, wenn ich weiß, dass er Gedichte über Vergewaltigung verfasst, dann kann ich das alles ignorieren und als Kunstform abtun. Ich kann alles zwischen der Kunstfigur und der Person versuchen zu trennen. Ich kann mich aber auch auf eine Realität vorbereiten, in der Frauen zum Selbstschutz skeptisch auf solche Veranstaltungen gehen und eben ständig aufmerksam sein müssen. Auch, dass man ihnen zum Beispiel nichts ins Glas mischt, dass sie nicht dauernd Getränke von Fremden annehmen. Ich würde mir wünschen, dass Frauen, dass alle, die solche Veranstaltungen benutzen, sich nicht diese Gedanken machen müssten, dass sie einfach feiern können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne ständig im Hinterkopf haben zu müssen, dass etwas passiert. Nur leben wir leider nicht in dieser Realität. In so einer Welt leben wir nicht. Und um dieses Problem akut anzugehen, ist in meinen Augen die erste sinnvolle Maßnahme, dass wir dann eben überwiegend Frauen darauf vorbereiten, dass wir ihnen sagen, dass es auf solchen Veranstaltungen Menschen gibt, Promis, Stars, Sänger, die daran interessiert sind, mit ihnen in irgendeiner Form intim zu werden und dass es dort Strukturen gibt, die es Frauen wirklich schwer machen, sich dem Ganzen selbstbestimmt zu widersetzen. Dass sie mit falschen Versprechungen, mit dem Einfluss von Alkohol und anderen Substanzen, mit Druck von außen, mit unerwarteten Situationen, mit dem Missbrauch der Verantwortung zu so etwas gelockt oder gedrängt werden. Die Welt, in der wir leben, ist grausam, widerlich, gefährlich und skrupellos. Nicht jeder ist daran interessiert, dass es uns allen nur gut geht. Bitte hört auf, so zu tun, als könne man jegliche Eigenverantwortung einfach ablegen und würde für das eigene Wohlergehen überhaupt keine Verantwortung tragen. Das ist nicht so. Ich wünschte mir, es wäre so, ist es aber nicht. Kyla hat es genau richtig gemacht. Sie ist gegangen, als ihr das alles zu suspekt wurde. Wir müssen selbstbewusste, starke, junge Menschen erziehen, die mit einer ausgeprägten Persönlichkeit in solchen Situationen entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Und ja, Rezo, es kann sein, dass ein viel zu kurzer Rock etwas dazu beiträgt, was irgendwo in der Stadt an einem Abend passiert. Nochmal, ich wünschte mir, es wäre nicht so. Ich bin aber nicht naiv und ich beurteile, ich beobachte die Realität. Und wenn es bestimmte Wahrscheinlichkeiten gibt, in denen ich selbstbestimmt etwas dazu beitragen kann, ein Risiko zu minimieren, dass mir etwas Schlimmes zustößt, aus welchem Grund soll ich das dann nicht tun? Aus welchem Grund ermutigt ihr Frauen dazu, nicht eigenverantwortlich zu handeln? Denn das macht ihr in meinen Augen. Das bedeutet nicht, dass ich dem Opfer irgendeine Schuld gebe. Ich spreche einfach nur aus, dass wir in einer grausamen Realität leben. Ich wünschte wirklich, es wäre nicht so. Halte es aber für ausgeschlossen, dass wir jemals in so einer Welt leben werden. Wenn ihr in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder in der Familie junge Frauen habt, dann führt mit ihnen ernsthafte Gespräche darüber, was auf solchen Veranstaltungen, auf Konzerten, auf Festivals alles passieren kann. Dass sie sich im schlimmsten Fall vor Ort nur selbst schützen können. Es gibt Menschen, die machen dir falsche Versprechungen, die wollen eben nicht nur dein Bestes. Versucht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fall eintritt, irgendwie zu minimieren. Dazu können wir alle etwas beitragen, auch das Opfer. Ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt einige wenige da draußen geben wird, vielleicht auch nicht wenige, die mir die Worte im Mund verdrehen wollen und dass es ja nicht sein kann, dass ich irgendjemand anderem als dem Täter eine Verantwortung zuschreibe. Stellt euch selbst die Frage, ob wir wirklich in einer Welt leben, in der man sorglos, ohne Eigenverantwortung durchs Leben schreiten kann. Macht's gut.